Da sind sie! Da sind sie doch endlich! Endlich! Ja, Alex! Aufpassen! Na? Fünf Freispiele. Natürlich geht's nicht. Ach gut. Ach gut, noch der Jacques dazu. Ach du lieber. Nur ein Volles oder eine schöne Verlängerung kann uns retten. Ansonsten wird das Ganze doch ziemlich eng bei Kahn. Komm jetzt, Kerl. Im Dreier geb ich mich nicht zufrieden. Da ist nix. Ja, mit dem Schwert. Ein letzter Spin. Mann! Ja! Geil! Geil! Im letzten Spin noch verlängert. Sauber. Nochmal 8 Spins dazu. Super. Zahl der Unendlichkeit. Und noch die Queens dazu. Schade. Kein Premium-Symbol. Nur ein zweites kleines. Möcht aber nix. Hauptsache es geht weiter. Und in 8 Spins könnte eventuell nochmal eine Verlängerung kommen. Vielleicht jetzt. Komm schon. Gönn! Kahn. Schade. Ey, Brian! Was geht ab, Bro? Brian, ey! Na, jetzt aber verlängert. Jawoll, Alter. Wieder verlängert. Kahn! Ne! Geil! Wie viel Freie spiele ich jetzt noch? Zeine. Super. Geht immer weiter nach oben hier. Und jetzt mal endlich ein Premium. Hoffentlich. Jawoll. Rüstung, Blä. Rüstung. Na? Hoch. Da ist der Zweite. Super. Fängt euch nochmal gut an. Wichtig! Wunderschöne. Komm schon. Der Muldreier-Jacques. 140 haben wir schon zusammenkratzen können. Bislang 18 bin es immer noch vor uns. Komm schon. Am besten wäre natürlich noch eine Verlängerung. Durchgerutscht, Mensch. Jetzt aber. Jetzt muss er rein. Komm, komm, komm. Kahn. Dreier-Richtung. Wenn ich das jetzt mal mitgenommen habe, sauber. 150. Super Win. 300 Maschinen auf dem Tarot stehe hier. Komm schon. Hey, Angelo, was geht das, Bro? Angelo, super, Mann. Du kommst genau richtig hier. Komm schon. Kajak wins nochmal im vorletzten Spin. Komm schon. Gönn im letzten Spin nochmal eine schöne Verlängerung. Heide, Kahn. Heide. Gönn. Boah. Vierer Rüstung blät. Boah. Boah. Schöğener Win. 08 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 6 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 6 8 7 7 8 8 8 6. Vielen Dank.